meine freunde auf maverick tv zu einem neuen unboxing video und zwar geht es heute um nutella b ready die nutella b ready der sieht wie folgt aus also wirklich ein sehr seltenes exemplar nutella ferrero b ready riegel und jetzt schauen wir mal was uns drinnen erwartet drinnen erwartet uns wie so ein französisches baguette so ein dreier baguette hier wie folgt kann man wirklich abbrechen freunde und wenn er erwartet uns wirklich nutzer schaut euch doch mal sieht super christlich aus sehr leicht also zerleucht sehr leicht auf der zunge sehr leichtes material kann man wirklich sagen sieht aus wie zum kanu also wirklich ein sehr sehr tolles produkt b ready von nutella gründ euch und wer sie schon mal gegönnt hat schreibt mir in die kommentare wie ihr es findet ich finde dieses nutella brot auf jeden fall sehr kürzlich in diesem sinne meine freunde dankeschön fürs zuschauen nutella be ready unboxing